Ich erzähle euch was von Lockheed, die befinden sich auch hier am Pariser Platz. Die deutsche Niederlassung des Lockheed Martin Konzerns befindet sich am Pariser Platz 3. Lockheed ist mit knapp 36 Milliarden Dollar Umsatz der größte Rüstungskonzern der Welt. Seine Waffen sind maßgeblich an den verbrecherischen Angriffskriegen, die gegen Jugoslawien, den Irak und Afghanistan beteiligt. Lockheed Martin ist Hersteller unter anderem der Tarnkappenbomber F-117, der Kampfflugzeuge F-16, F-22 und F-35 von Galaxie- und Herkules-Transportflugzeugen und Interkontinental-Atomraketen Trident. Dazu kommen hochmoderne Tarnkappen-Aufklärungsdrohnen Sentinel, mit deren der Iran ausspioniert wird.